und los geht's das könnte der gelegenheit werden da zieht er da ist der torwart da gut gemacht oder schießt weiter gefährlich klar gibt einwurf chance erstmal vorbei der spieler ist dazwischen gegangen da passt auf totti und da verlieren sie den ball fast ecke aber der ball geht wohl zum einwurf aus gute flanke aber mindestens genauso gut vom verteidiger ja gibt ecke das ding hat das super gehalten wir sehen es hier noch mal in der zeitlupe das war nicht einfach klasse wie der keeper da reagiert das gibt die abstoß das hätte eine gute gelegenheit geben können aber jetzt ist der ball weg wird jetzt gefährlich erschießt wichtig den ball hat er sicher hinten stehen sie kompakt aber kommen sie jetzt vielleicht durch ich dachte die mal mehr in dieser szene aber jetzt haben sie den ball verloren er kann ihn reinbringen sehr aufmerksam die flanke gut abgefangen entschlossen geklärt kein zweifel das ist freistoß die defensive steht das sah gut aus bis hierhin aber jetzt haben sie den ball verloren sie bleiben weiter am ball per kopf abgelegt mit dem ball am fuß richtung gegnerisches tor souverän er hat den ball da kann er ihn stoppen der ball ist weg und jetzt könnte der gegner angreifen jetzt könnte es gefährlich werden sie suchen die lücke machte ihn den ball hält er gut souverän gemacht war gar nicht so einfach und es gibt abstoß hummels sie warten ganz geduldig auf ihre chance vielleicht müssen sie das thema ganz souverän hier vom torhüter einwurf jetzt unnötiger ballverlust das könnte gefährlich werden gute idee versucht den doppelpass da trennt er ihn vom ball die kugel ist weg geht er rein es gibt ecke das macht der klasse die flanke gut abgefangen da geht er dazwischen totti er spielt zurück guter doppelpass das ist ein faul und der schiedsrichter pfeift das auch die fans wollen natürlich den sieg und beschweren sich hier immer wieder weil es ihnen viel zu lange dauert es wirkt so als hätten es die gäste nicht besonders eilig die haben keinen bedarf das könnte eine gelegenheit werden da holt er den ball zurück das gibt einwurf ball ist draußen jetzt wird gefährlich sie scheinen sich den gegner zurecht legen zu wollen der ball läuft gut aber noch finden sie keine lücke und jetzt wird es einwurf geben und jetzt wird es einwurf geben lassen den ball laufen aber jetzt bräuchten sie auch mal den zug zum tor da kommt der schuss gut verteidigt hier Lewandowski jetzt müssen sie aufpassen super gelöst den ball hat er da kommt der pfiff freistoß und kommt vielleicht sogar noch eine karte gut gemacht er hat den ball erobert das könnte die chance werden aber er aufgepasst gut gut Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 das könnte der gelegenheit werden da ist er aufmerksam und hat den ball klasse der ball ist weg da kam die flanke nicht gut rein klasse einsatz hätte sonst gefährlich werden können die defensive steht da trennt er in fair vom ball schauen auf dem ball besitz buschi alles ausgeglichen hier die nehmen sich nicht viel jetzt ganz gefährlich werden klar gibt einwurf lewandowski da trennt er ihn vom ball jetzt gibt es einwurf unnötiger ballverlust totti er passt ihn auf den flügel der ball ist draußen wird einwurf geben das könnte die chance werden so die letzten 15 minuten jetzt klasse aufgepasst er hat den ball totti da hält er das gleichgewicht dabei strauchelt er kurz jetzt müssen sie aufpassen sehr gut aufgepasst gut aufgepasst vom verteidiger totti chancevertrag gute freistoßposition das ist eine gute chance totti er versucht es und hier sehen wir noch mal wie knapp das gerade eben war er hat eigentlich alles gestimmt nur der abschluss nicht präzise genug gut verteidigt hier jetzt wird es gefährlich das ist beeindruckend sie spielen pass und pass und pass und pass und pass und das mit einer solchen sicherheit sensationell wichtig ganz wichtig dass er da dazwischen geht das war gut aus bis hierhin aber jetzt haben sie den ball verloren wird das seine tor chance das war der gut totti abgefangen gut gemacht und jetzt geben die fans hier noch mal gas gibt ordentlich was drauf an nachspielzeit vielleicht geht ja noch was geht hier noch was können sie das spiel noch gewinnen die fans glauben dran es wird noch mal laut ein berechtigter freistoß es bleibt dabei keine es bleibt dabei keine ein das es 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017